München, Freitagnacht. Die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Max Pfandl haben einen Notruf erhalten. Jetzt fahren wir nach Schwabing. Und da wurde uns gemeldet eine Schnittverletzung. Aber wo diese Schnittverletzung ist, das wissen wir jetzt noch nicht. Eine Schnittverletzung kann quer über den Hals sein, kann aber auch nur am Finger sein. Leider wurde uns da nicht mehr mitgeteilt. So, grüß Gott. Das ist eine ganz einfache Verletzung. Das können wir nicht hier machen, müssen wir ins Krankenhaus. Nichts Schlimmes. Aber es muss versorgt werden chirurgisch. Aber man macht nicht den Rettungswagen. Das macht man im Krankenhaus. Gehen wir noch mal ein größeres. Machen wir jetzt ein Pflaster drauf. Hey, P1 gehört. So, machen wir noch mal ein Gescheites drauf. So, einfach. Ich mach hier einen Druck drauf. Wenn du mir eine Binde gibst, reicht mir. Willst du kein ... Nee. Ich hätt einfach ... Was mit der Binde? Kabel eins. Achtung, Kontrolle. Achtung, Kontrolle. Jetzt ist Schluss. Achtung, Kontrolle. Das sollte man chirurgisch anschauen. Wahrscheinlich? Wahrscheinlich wird ein Stich gemacht werden. Dass das dann mit drauf ist. Wird ein Stich gemacht, das blutet dann ein bisschen durch. Das ist jetzt schon ... Also wegen dem fahrt man eigentlich nicht. Sie können mit dem Taxi fahren ins Krankenhaus. Aber Sie sollten ins Krankenhaus gehen. Nee, brauchst nicht. Wenn Sie sagen, brauchst nicht. Das ist alles auf Kamera. Wir fahren dich jetzt in irgendein Krankenhaus in München. Das kann weit weg sein. Schwabinger. Und ich würde jetzt an deiner Stelle einfach Schwabinger, das ist ja gleich da vorne, einfach in die Notaufnahme gehen. Die machen dir dann einfach eine Versorgung. Das kann sein, dass die das sogar kleben, wie das ausschaut. Dass die das kleben, dass sie es nicht einmal nähen müssen. Weil das blutet doch ganz schön, gell. Obwohl eine Fahrt mit dem Rettungswagen nicht nötig ist, besteht der Mann darauf. So, dann dürfen Sie sich freimachen vom Kurt. Und dann kommen Sie mit. Ja, man hat heute ein sehr hohes Anspruchsdenken, dass man also dann auf jeden Fall mit dem Rettungswagen transportiert werden muss. Der hätte jederzeit natürlich auch mit dem Taxi, der hätte sogar mit der U-Bahn fahren können ins Krankenhaus. Aber da das vermutlich ein Arbeitsunfall war, wie er so gesagt hat, und er drauf besteht, müssen wir mitnehmen. Dann nehmen wir halt mit, was so ist. Aber es ärgert einen trotzdem. Weil vielleicht wird der Rettungswagen woanders gebraucht zu dem Zeitpunkt. 1 Uhr nachts. Die Münchner Rettungsassistenten haben ihren nächsten Einsatz. Eine ältere Person klagt über Beschwerden in der Brust. Ja, wir fahren jetzt in eine Wohnung in der Au. Da hat die Meldung Herz-Kreislauf gegeben. Wissen wir nicht, was das ist. Müssen wir dann erst feststellen, wenn wir dort sind. Im schlimmsten Fall könnte der Patient einen Herzinfarkt erlitten haben. Was haben wir da? Achso, grüße Gott, hallo. Wir sind der Rettungsdienst. Die filmen uns. Wer ist denn der Kranke? Dann dürfen wir reinkommen. Grüße. Was können wir denn für Sie tun? Ich weiß es nicht. Ich hab da so einen Stiftel da hier. Auf der rechten Seite. Wird das schlimmer, wenn Sie ein- und ausatmen? Dann wird das ja. Also wenn Sie ein- und ausatmen, dann wird stärker der Schmerz. Wie lange haben Sie denn das schon? Seit zwei Stunden. Okay. Haben Sie irgendwelche gehört? Da hat es mich dann schon mal gezwickt. Da hat es sich ja nicht gezwickt. Da hat es sich ja nicht gezwickt. Es zwickt halt überall, wenn man älter wird. Das ist ja das. Was wir jetzt mal machen, wir schreiben Ihnen jetzt mal ein 12-Kanal-EKG. Da schauen wir mal, ob wir am Herzen was Auffälliges sehen. Dann müsste man den Oberkörper freimachen. Ich helfe Ihnen dabei. Brauchen Sie sich nicht aufregen. Wir schauen einfach mal, ob wir jetzt irgendwas Auffälliges sehen. Und dann reden wir gleich mit Ihnen weiter, gell? Verstopfte Ader oder irgendwie. Können Sie den linken Arm bitte ganz locker liegen lassen. Nicht anspannen. Das mit der verstopften Ader ist so eine Geschichte. Haben Sie denn irgendeinen Blutverdünner oder so? Klaus Hippe und Max Pfandl bringen den Mann in die Notaufnahme. Anschließend werden sie zu einem weiteren Notfall gerufen. Jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie sich ansch- Ist ja noch kalt. Komisches. Komisches. Komisches.